Bin ich auch nicht mehr in eine schwierige Zeit ran. Als ich mal wieder alleine war, ging ich rauf zu meinem Vater. Und ich sagte, du Papa, ich hatte ein Problem. Er nickte nur und meinte, ja, er könnte mich gut verstehen. Und dann ging er runter in den Keller. Einfach so. Und dann ging er wieder Oper, hatte einen Bruchshack in der Hand. Er packte das Ding aus, und dann fing er mal kurz zu spielen an. Er spielte so lang, bis die Sonne versandt. Und dann sagte er mal, jo, jetzt bist du mich schon dran. Und dann auch, da übte ich so oft das Ding. Später fiel ich dann auch noch an, den Blues zu singen. Meine Mutter sagte zu meinem Vater, oh Gott, was hast du nur getan? Und mein Vater sah meine Mutter einfach nur lange an. Doch dann frag er sein Schwein. Und dann frag er mein Vater sein Schwein. Und dann sagt er mein Vater zu meiner Mutter. Ingrid, lass den Jungen mal machen. Ja, 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 ja. Und dann frag er mich bereits zu sehen. Wie alle Kinder, die bekamen Pipeln. Und ich bekam den Blues. Ja, ich spürte, dass ich anders war. Aber wir gehen, ich sagte mir, du tust. Wird nicht aufzuspielen. Komm, Spiele. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018